Aber seid gewarnt. Wie ich bereits erwähnte, mögen Geister es ganz und gar nicht, aus ihrer Form gerissen zu werden und werden alles tun, um dem zu widerstehen. Sie werden sich sträuben, kämpfen, auf euch einreden, aber ihr müsst konzentriert bei eurer Aufgabe bleiben. Dies ist keine Frage der reinen magischen Kompetenz, sondern der Willenskraft. Zuerst müsst ihr das Gewebe aus Licht und Schatten erkennen, das die Pflanze ausmacht. Dann seht darüber hinaus auf die Seele des Geistes, der darin wohnt und sie belebt. Sie sieht anders aus als bei uns, aber doch ähnlich genug, um sie als solche zu erkennen. Wie das funktioniert, habt ihr bei meiner Kollegin Torkwein gelernt. Habt ihr das geschafft, müsst ihr den Blättern das Licht entziehen und die freigewordene Kraft nutzen, um den Geist zu packen. Danach liegt es an eurer Fähigkeit, euch zu konzentrieren und euren Willen durchzusetzen, um ihn aus seiner Form zu zwingen. Ich rate euch außerdem, die Bleistifte mit beiden Händen festzuhalten, da ein belebter Stift gefährlich werden kann. Ich will keinen Novizen sehen, dem ein Geist das Auge ausgestochen hat, ist das klar? Ja, Mag. Korbald, antworteten sie im Chor. Jemand weiter vorne hob eine Hand zu einer Frage. Korbald hob eine Braue und nickte. Ja? Eure Spektabilität, ich habe in einem Buch gelesen, dass man mit Geistern auch einen Handel eingehen könne. Stimmt das? fragte ein großer Novize mit langem, braunem Haar, das zu zwei dicken Zöpfen geflochten war, wie die Nordegarder und Ahrheimer sie trugen. Das kann man, aber ein Geist hat immer einen Preis, und dieser Preis kann heimtückisch sein. Er mag wie eine Kleinigkeit wirken, eine Randnotiz. Doch der Verstand eines Geistes funktioniert gänzlich anders als der eines Menschen, und jeder Magier tut gut daran, einem entsprechenden Handel immer aus dem Weg zu gehen, ganz egal, wie verlockend er wirken mag.